Ich bin kein Physiker, ich bin Ärztin, aber wenn das wirklich so funktioniert, dann ist das sicherlich eine Revolution. Viele der Professoren haben gesagt, Mensch, das ist verrückt. Also eine schützende Hülle über den Menschen, die guten Strahlen sollen durchgehen und die schädlichen Strahlen sollen von der Folie adsorbiert werden, sodass diese auf die Haut gar nicht auftreffen. Man hat wirklich den ganzen Tag den Sonnenschutz. Bis zum nächsten Mal.